Ich habe zum Geburtstag das Verschnaufpausenspiel Double Dragon bekommen. Und es gibt auf YouTube, es gibt so zwei Leute, einer davon heißt Duane und der andere heißt Brando. Du heißt wohl Dwayne. Ja, Dwayne und Brando. Und die machen so Raps. Lass mich mal. Die machen so Raps, wirklich. Das ist eine Musikrichtung. Das ist nicht bei McDonalds, da gibt es auch Raps, aber das ist auch. Verliert man dein Leben? Und die machen das. Ja, man verliert ein bisschen was, ganz wenig. Aber doch. Wo ist jetzt mein AST? Ah, hier. AST ist weg. Was soll das? Ich glaube, du hast es falsch eingestellt. Du hast vielleicht noch die Werbung. Mein Handy ist weg. Und dann verschwindet dieser Hund. Und dann sagt diese Frau, der ist auch weg. Kennst du es? Nein, nein, jetzt vielleicht... Tja, 2009 hat es die vielleicht gespielt, aber... ...2004. 2004 ist viel passiert. Es ist viel zu wenig, so wie sie sie es schaffen. Das ist nicht zu wenig. doch doch es verlierst du ein bisschen ein pixel leben ein pixel leben jetzt das sprichwort ein pixel leben ist ein schönes leben jetzt vielleicht von tageshi's castle die der cash sprichwörter der cash regel erst geschafft der cash regel nummer 1 nur ein nasser kandidat ist ein guter kandidat jetzt machte deswegen alle nass ja jetzt so dumme regeln ich habe gesagt ach das ist ja dumm aber es ist deshalb lustig weil es so oft vorkommt du brauchst du ein bisschen mehr das heißt das kommt auch vor das sagt oft die regeln ja das ist andauernd sagte das nur ein nasser kandidat ist ein guter kandidat und das sagte andauernd jeder folge fünf mal mindestens und mich hat das genervt schon das ist noch ein und ein halbes leben vor der jahre was er nicht tun dann stirbst du der konto als jahr das ist dann wahrscheinlich gleich wieder das ganze ein raum vor dem raum wieder starten vielleicht muss auch den software wieder besiegen das kann auch sein wer weiß das schon wir wissen es nicht dass wir das ausprobieren wir kommen ja nicht hoch das kann noch nicht sein kommen wir nicht höher auf was soll sich immer weiter und so noch mitmachen ja was das das nicht mehr ein bisschen nicht so schwer dass ein Rätsel ist und auch muss Prozent vielleicht noch doch mehr wenn man nicht mehr da kommst du nicht mehr auf die habe ich gleich gesagt kann doch nichts ich würde man kommen die nicht höher weil es wird das liegt daran dass Tobias einfach zu tun ist wirklich im Kopf wenn du so wenig als dass die größere nach der Zollachsitzung nein nein du verstehst es glaube ich nicht der Zuschauer ist gut so nein du musst ein bisschen weniger schaß so ist es zu viel der schaue als wenn ich jetzt nicht schützen nein es ist zu dicht du bist zu dicht schaue macht das schaue stelle es schaue ich zeigte warum man muss es so und das gleiche da das gleiche da okay okay ja so ist es jetzt gleich da erster hat erster hat das gleiche da also sagt das war das war der Gäste das gleiche da das Gäste schau mal was so da ist nur die Programmierung schuld wird das Programmierenden der Erster und vier Jahre wird es angefangen 14 und das Spiel 13 Jahre gedauert das heißt auch das Spiel die Gäste Tux hat die Nils zu nennen es die meisten die wenigsten nennen es wirklich Tobias es soll ich sicher sein Arbeit erarbeitet 13 Jahre an so einem Spiel man lasst das die einzelnen die einzelnen die Richtung stimmt okay dass die selbe einstellen die Richtung arbeitet 13 Jahre an einem Spiel und im Feld kein besserer Name ein als Tobias unglaublich ich habe ja auch schon das ist ja nicht so dass ich noch nie ein Spiel gemacht habe ich wollte auch mal ein Spiel machen ich wollte es nennen ich will nach Hause gehen und im Spiel ging es darum nach Hause zu gehen nach Hause gehen zu wollen eigentlich schau ich bin gleich wieder da das ist nicht so weiter schau weißt du was der Trick ist du musst dich auf die Köpfe von denen stellen und dann sagen sie dir wo es lang geht wo auch jetzt ist er so verwirrt der Gast weißt du wir haben wir wären eigentlich schon längst soweit im letzten Stream gekommen aber nicht da gewesen ja nein plötzlich ja vielleicht aber wir haben einen Glitch ausprobiert mindestens die Hälfte des letzten Streams lang schau das mal an verkündet das schon mal an das ein Glitch wo ach schau weißt du was nein ich mit dir rede ich nicht mehr weil du es mich jetzt wirklich wütend gemacht schon mal da rein da war ich noch nicht das ist jetzt die WPTG nachher 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 schau kopfrasiert auf neu gemacht dem ist wohl sie hat Super Mario Prost 2 aber es war das wenn es die Bullen gut sie hat sich damit Super Mario Prost 2 auf neu gemacht auf der Wii U und es ist nur so gut und es hat nichts mit dem Original zu tun ich habe nichts das News Super Mario Prost hat auch nichts mit Super Mario Prost doch nachher schau da muss was drauf sein da muss was drauf sein den Städter der Drsdenglern der da Leide den Klern das macht ein Rasten eines Funktion auch bekannt ist aus der Funktion oder auch die dumme Funktion das Wort hat oder nehmen sie den Zug der Schaub das mit Schüsse schau das ist das Bost Tor er kann Stacheln machen tot naja das war das Bost Tor das war nicht zu toll Bost Tor Doktor er hat das Spiel angeblich der Macher der Westen kann man nicht sie werden damit den Liechten ich habe das Bost Tor er hat wirklich lang gebraucht für das Spiel Schöne ich kann nicht weiter das ist eine Wand sie hat nun ich glaube ich musste wirklich töten schieß doch schieß doch was ist das secret word heute Nein. Hey, getötet. Das ist Tor. Tor oder Tür. Tor oder Doktor? Ja, Doktor. Schau, ich kann nicht drauf. Oh doch. Ja, genau das hier. Kann man da runter? Nein. Doch. Schau, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Schau. Na, und jetzt staunst du. Jetzt Platz offen. Du musst den drauflocken. Grün. Vielleicht ist das gut. Nein, es ist langsam los. Blau. Das ist wieder blau. Das bringt alles nichts. Das hat uns nichts gebracht. Wow, so was. Der Doktor. Ah, Herr auf. Ah, Herr auf. Das ist das Wort. Das ist das Wort. Das ist das Wort. Wen ist mir umbringen? Den kleinen da. Das bringt mich nicht. Doch, vielleicht, wo willst du es wissen, woher? Das ist kein Postwort so wie vor. Da ist irgendwas, was ich tue. Nichts passierte. Da darf ich auch noch nicht hin. Wer hätte nicht hin sollen, wo man am Anfang war. Jedes Bike mitgenommen. Es ist egal. Vielleicht. Vielleicht. Einfach auf. Hm. 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 Das geht nicht. Was geht nicht? Hm. Das geht nicht. Das geht nicht. Ah, genau. Ah, das geht nicht. Das geht nicht. abspringen von ihm manchmal jetzt das ist wahrscheinlich ist ein Kitsch das im letzten Stream haben genau dasselbe eine Stunde lang versucht genauso eine Art von Kitsch das kennt man sich geschafft die Woche das ist ein Kitsch wenn eine Stunde gebraucht und dann war es ein Kitsch durch den Führung geschaut sind es sich ganz anders geht was so ist ich finde das Spiel besetzt hat mich das Spiel ganz ehrlich noch nicht wirklich zu überzeugen Schocken die Kälte was ist es jetzt jeweils bringt nichts ich kann es nicht nehmen